Willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, wir gehen noch mal direkt zu oder Prinzessin, da sollen wir eine Aufgabe abgeben. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Genau. Rache für die Gefallenen. So, wir können ein nächstes Land auswählen, ne? Puh, wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Ich gehe da vorn. Reis zur Priesterin. Ah, komm, wir reisen zur Priesterin. Viel zu tun. Mach's kurz. So, reist nach, wie heißt das? Zasmia. Ja, trefft euch mit am Flugmeister. Wer gibt euch mit Rokan nach Nassmir? Ich treffe euch dort. Wir müssen den Blutrollen Ende bereiten. Genau, die Blutrollen, die besiegen wir. So, was gibt's hier noch? Hm, wer ist denn euer Loa? Trefft euch mit hier noch an der Haar. Machen wir mal auf. Gibt's hier noch ne Aufgabe? Muss doch, glaub ich, auch hier sein, oder? Genau. Oh. Wollt ihr was? Weißt du, man spricht mit Prüferinnen. Mögen die Loa euch Glück bringen. So, was gibt's denn eigentlich noch in den Land hier? Kriegen wir die Aufgabe noch? Da oben ist auch noch ne Aufgabe. Wir werden erstmal zu unseren, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, erstmal zu Pestrufer. Mal gucken, was unsere Kriegsfürstin verlangt. Prinzessin Talange schickt uns nach Nassmir. Wir brauchen eure Pterodaxe, um da hinzukommen. Ich lass meine Tiere doch nicht zu Blutrollfutter werden. Aus Nassmir kehrt keiner zurück, Mann. Genug gelabert, Schwester. Wir haben Befehle von der Prinzessin. Ja, das machen wir aber gleich. Erstmal. Hier müssen wir auch noch ne Aufgabe. Wir machen erstmal die Aufgaben in dem Land hier fertig, würde ich sagen, bevor wir ins nächste Land gehen. Weil sonst haben wir wieder so viele Aufgaben zu erledigen, wenn wir die anderen Länder gemacht haben, das finde ich doof. Ist zwar doof, also sind wir noch ein bisschen in dem Land hier, aber wir machen die Aufgaben erstmal richtig fertig, bevor wir ins nächste Land gehen. So, ein und so. Boah. Das dauert ja so ewig. So, dann wollen wir erstmal gucken. Hier können wir glaube ich auch schon hinfliegen, oder? Haben wir hier einen Flugpunkt? Das weiß ich gerade gar nicht. Erstmal gehen wir zu den Kollegen. Dann würde ich sagen, hier, hier und hier. Oh, da oben haben wir auch noch was wieder, ne? Okay. Wir haben jede Menge zu tun. Jede Menge. So, auf Mountain, da ging es hier runter. Wollen wir uns mal gucken, was der Pestrufer von uns will. So, hier geht auch eine Treppe. Man muss nur sagen, wir sind immer noch im ersten Land. Es ist schon Level 114. Ha! So. Gucken wir mal, was er will. Ach, hier haben wir auch noch nicht. Genau. Gucken wir gleich. Erstmal gucken wir, was er will hier. Oh, da gibt es doch noch. Fallen wir nicht auf die Nerven. So, verwendet die Kampagnenkarte in Kune, um einen Stützpunkt auszuwählen. Bewegung. Okay. Grüße. Sprechen wir, um die Forschung an einer Auswirkung zu belegen. Leib stark. Tromkar. So, ach, so, okay. Was gibt es denn hier? Macht euch in Kraft des Meeres zunutze. Verringt die Abklingzeit eures Ruhestand um 40 Prozent. Solange ihr euch in den Rauke nutzt den Schwung eurer letzten Flugbrot erhöht eure Geschwindigkeit. Nehmen wir das hier. Auf bald! So, dann gehen wir mal hier nach unten. So, wir brauchen natürlich, was ist das hier? Machen wir erstmal hier. Können aber auch so machen. Das reicht auch. Und euch schicken wir auch los. Ich glaube, wir hätten noch ein mehr reinsetzen, sondern hätten wir mehr höhere Chancen gehabt. So, die Aufgabe haben wir auch erledigt. Haltet eure Waffen Scham. Machen wir. So, dann suchen wir uns ein nächstes Land aus, das wir angreifen. Helft Schattenjäger. Ah, dann helft mein Schattenjäger. Jawoll. Da haben wir in der Folge was zu tun. Fasst euch kurz. Für die dunkle Fürstin. Sollen wir jetzt mit ihr nochmal sprechen? Macht euch nützlich. Wie war das denn noch? Ach, wir müssen... Ah, ja, mit den Kapitänen müssen wir sprechen. Mit den Kapitänen. Der muss ja das Schiff jetzt da hinfahren. Äh... Quest setzt die Siegel zum... Genau, Quest. Wollen wir mal gucken, wie wir diesmal die Allianz ärgern können. Ich glaube, davon können wir gar keinen Screenshot machen. Ich habe es mal probiert, sicherheitshalber. Ha! Von Zandala nach Kultasis. Gucken, ob wir Jaina mal begegnen. So, also sind wir angekommen. Guten Tag. Wie geht's denn so, Mann? So, zieht einen... Äh... Zieht eine Piratenverkleidung aus der Kiste mit der Pracht an, okay? Dann ziehen wir uns mal um. Uh... Das sieht doch sexy aus. So, folgt den Schattenjäger, trefft euch mit... Okay. So, und auf geht's! Er sitzt ja auch mal so ganz geschillt da, ne? Davon brauchen wir mal. Brauchen wir mal ein Foto von seinem Pirat. Sehr schön. Ich bin bereit für die Verhandlungen. Mögen die Geister mit euch sein. Lässt mich doch auf meiner Verkleidung. Uh... Sehr schön. Jo, jo, jo! Oh, hier ist eine Belagerung. Ist das hier eine Instanz oder ist das? Das weiß ich gar nicht. Okay. Hm, okay. Gunst der Lord-Admiralin. Moin, moin! Moin, moin! So... Oh... ... sticht sechsfässer geworden auch, okay? Was soll ich nicht vom Clubautern holen? Wo ist's? Wo ist's? Wo ist's? Wo ist's? Seid vorsichtig. Das kriegen wir ja wohl hin. was kann ich für euch tun wo ist unser tier so machen wir mal ein paar piraten schmutzeln ich brauche ein ziel ich habe kein ziel wie als alter blutsäger admiral sind wir hier gerade richtig ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel kann nur wir müssen wir bestimmt besiegen sie kann sowas haben auch hier bringen wir so um ich habe kein ziel da haben wir die erste cool das ist sehr schön jedoch weg was willst du denn von uns wir sind ein pirat lasst uns doch ich muss zuerst etwas anvisieren wir brauchen noch zwei fässern müssen wir noch anstechen ich brauche ein ziel nix schon wieder nix oh man ich bin außer reichweite das ist zu weit entfernt lustig stechen wir schon noch an ich habe kein ziel bringen wir euch um ja aber was sagt ihr denn zu diesen quest rein derzeit von der horde können es mal in die kommentar schauen das würde mich freuen was an ihr die ich brauche ein west rein findet also ich finde die quest reihe echt derzeit richtig gut so jetzt brauchen wir noch eine kugel und ein fass müssen wir noch zerstören das ist bestimmt hier unten da sind noch ein paar fässer der hat bestimmt da hinten auch noch eine kugel für uns zack den greifen wir gleich an haben wir alle nieder geschmätzelt die hier sind so wie haben wir auch besiegt ich habe kein ziel sehr schön haben wir eine kugel ist jetzt immer noch eine kugel eine kanonkugel fehlt noch da unten wer gegeben könnte da ist noch einer weder gibt es uns jetzt keine kanonkugel dann bin ich sauer dann muss er ja sowas anvisieren da oben könnten die könnten noch kann auch noch alles um euch beide gleich hier ich habe kein ziel sondern ist auch eine kanonkugel sehr schön jetzt können wir die beiden aufgaben auch abgeben die immer noch im haus ich gehe davon aus dass die immer noch im haus sind und die verschwörung aushecken die meuterei genau ein absteigen und tag immer schön auf kurs blauen benutzt den goblins fertigen kann um bruderbote zu versenken man bringt die fälschen briefe und erhaltet immer das meer im auge das machen wir so versenkt hier gehen wir die falschen papiere dann bringen wir dich halt um zack warum hast du eigentlich nicht das gestuckt was wir dir gegeben haben egal weiter geht's kommt noch ein ruderboot zack versenkt was ist der nächste mit dem wir reden müssen vielleicht da oben komm mal mit hier genau da oben wo ist denn eigentlich unser tier das kämpft schon wieder irgendwo da ist es doch und ich brauche ein ziel siegt haben wir dich guten tag papiere für dich schlucken will ich muss zuerst etwas anvisieren ist okay sondern bleibt noch einer über der müsste vielleicht da oben sein wo ist er denn da hinten da hinten kommen wir kommen wir zu die gespringt guten tag ich brauche ein ziel ich habe kein ziel bedeutet das etwa wo ich verstehe ich muss zuerst etwas anvisieren gut da können wir die aufgabe auch abgehen können wir mal auf unseren raptor so sehr schön und gunst der lord admiralin was habt ihr in kopf willst du uns jetzt echt hier angreifen so tötet kapitän redelig ruhige sähe und eine frische brise ja danke dir auch eine frische brise da muss da oben irgendwo sein der kollege mal gucken mal gucken wo ist er denn bestimmt in der höhle da hinten oder da ist er doch töten wir den kapitän töten wir den kapitän sag sehr schön noch ein zwei schüsse dann haben wir besiegt sag ich brauche ein ziel haben wir was guten leuen aber nicht so aufmauten dann gehen wir die aufgabe direkt wieder ab wo ist er denn diesmal da außen denn hier steht dort drin so was kann ich für euch tun so platziert das banner der horde im hafen mögen die geister na klar für die horde oh in seiner film sehr schön dann haben wir den nächsten hafen eingenommen dann machen wir gleich mal ein screenshot sehr schön so flugpunkt flugpunkt hier so gehen wir die aufgabe jetzt ab gehen wir die jetzt wieder hier hier was möchte er denn platziert das banner oder gut ist er hier noch drin ja achso gut was habt ihr im kopf uuuuuh ein neuer begleiter kehrst du noch das pestrufer zurück seid vorsichtig dann wollen wir mal zu pestrufer zurück guten tag der sieg ist nah eine schifffahrt bitte eine schifffahrt die ist lustig eine schifffahrt die ist toll so da sind wir wieder dann gehen wir gleich mal die aufgabe ab wenn wir schon nochmal hier dabei sind raus damit sehr schön soo wir haben den nächsten stützpunkt eingenommen und unser abenteuer geht weiter wir werden alles tun dass die horde weiter besteht ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal morgen um 10 uhr ihr wisst es danke fürs zuschauen bis denne tschüss